einen herzlich willkommen hier ist euer bierleidenschaft ja heute gibt es ein unboxing genau und zwar ich habe heute das paket bekommen von den lieben lukas und ja er hatte mir hier noch ein paar sachen mit reingepackt und vielen dank für die grüße an dieser stelle und es geht um black forest genau so ich mache mal auf so sieht es aus von der schachtel von amazon und dann machen wir einfach mal auf und zwar erst mal hier schwarzwald aus der dose sieht genial aus mit den ähnlichen ja freue mich drauf 6,5 prozent umdrehung und natürliche natur hopfen sind vorhanden ja nicht schlecht herr specht habe ich zweimal gekriegt vielen dank dafür und er hat mir untersetzer mit geschickt ja so warte mal muss ich gerade überlegen wie rum so vielen dank erstmal für die bierdeckel ohne falsch rum und einmal black forest breathing geile sache dankeschön so dann hat er mir noch hier ein größeres respekt mitgebracht und ja dann werden die zwei dosen auf jeden fall auf diesem kanal probieren genau und so sieht es dann aus und ja so sieht die dose aus richtig geil black forest ja was ist das war für ein geschmack ähm kirsch kirsch schwarzwälder kirsch mit sauren kirchen bin ich mega 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 mal gespannt ist auf jeden fall ein schwarzbier das habe ich schon gesehen und hat auch 5,5 prozent umdrehung richtig geil und ich soll es richtig kalt lagern auf jeden fall wird es gemacht dann haben wir hier ein alien das hat 6,5 da bin ich auch mal richtig gespannt wie das bier ist werde ich auf jeden fall alle beide biere vorstelle genau und da grüße ich dann dieser stelle auch der biersüffler der weiß ja was er bekommt er weiß ja schon davon und ja und ja das war es gewesen und ja bis bald bis bald tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020